Funktion der Religion Teil 2 Definition Religion ist ein kulturelles, in Klammer, in der Geschichte des Menschen haben auch sie ihren Anfang und Gott offenbart sie gemäß Ort, Zeit, Rezeptivität und Umständen, ein kulturelles Zeichensystem, in Klammer Riten, Rituale, Gesetze. Das Lebensgewinn durch Entsprechung zu einer letzten Wirklichkeit verheißt Lebensgewinn Gesundheit und Hilfe Stressenthebung In Klammer pragmatisch Wahrheit und Liebe Identitätsgewinn in der Wandelwelt Teilt dem Menschen seinen Platz im Universum zu Religion hält den Glauben an verborgene Ordnung der Dinge aufrecht Religion hält den Sinn für Orte kognitiver Irration wach Sie provoziert durch Zeugnisse von Einbrechen einer ganz anderen Welt in diese Welt hinein Religion gibt eine Geborgenheit der Ewigkeit inmitten der Zeitweiligkeit Religion schenkt das Grundvertrauen, dass die universalen und auch die menschlichen Abläufe nicht einfach nur eine Zufallsherrschaft des Kosmos ist, sondern in höherer, bewusster Führung und Kontrolle Religion beschäftigt sich mit Grenzsituationen, in denen dieses Vertrauen bedroht und erschüttert wird Tod, Angst, Trauer, Schuld, Versagen, Verzweiflung und bewahrt vor Zusammenbruch Religion legitimiert Verhaltensformen, legt Grundlage zur Nächstenliebe Diese fundamentalen Grundwerte regeln die Sozialisation des Einzelnen und dient der Konfliktregelung im Kollektiven Es ist enorm wichtig, sich von einseitiger Funktionsbestimmung der Religion freizumachen Sie dient nicht nur zur Stabilisierung des Denkens, sie ist immer auch Provokation Sie dient nicht nur der Bewältigung von Krisen, sie kann auch schwere Erschütterung und Prüfung evozieren Sie beruhigt nicht nur vor metaphysischer Unruhe, sie ist auch Askese und Aufruf zum letztlichen Exodus Religion kann durch das Lehren von Fundamentalwerten Brücken bauen, aber auch mit Fundamentalismus Aggression schüren Sie lehrt nicht nur Wertekonformismus, sie hat auch einen revolutionären Impuls, der alle Werte infrage stellt Sie macht die Welt Gottes transparent Seine Gegenwart ist auch im Hier erfahrbar Sie lehrt aber auch Gottes Unbegreiflichkeit, dass er immer der ganz andere ist Definition Religion ist ein kulturelles Zeichensystem, das Lebensgewinn durch Entsprechung zu einer letztlichen Wirklichkeit verheißt Was ist ihre Funktion? 10 Gedankenschritte 1. Religion ist Sanatandharma Dharma bezeichnet die untrennliche Eigenschaft von etwas Sanatan heißt ewig Sanatandharma bezeichnet die inhärente Wesenheit der Seele, die ewige Religion des Lebewesens Was nie geschaffen oder gegründet wird, das was untrennbar mit der Seele verbunden ist Man mag es zwar vorübergehend vergessen wollen, wofür einen Gott auch die Möglichkeiten verschenkt Die Seele hat ein Recht auf Unwissenheit Aber auch im unnatürlichen Zustand der Illusion ist die Grundmotivation hinter allem Handeln noch immer die Erfülltheit, welche im Austausch mit Gott zu erfahren ist Das Heilige ist auch der Antrieb hinter allem materialistischen Handeln Sanatandharma sind ewig anwendbare spirituelle Prinzipien jenseits von konfessioneller Festlegung und Vereinnahmung 2. Viveka Viveka bedeutet das klare Unterscheiden zwischen Avastava-Vastu, Nicht-Substanz, Dinge also, die sich manifestieren und wieder vergehen, die Änderung unterworfen sind und Vastava-Vastu, ewiger, unvergänglicher Substanz Srimad Bhagavatam 1.1.2 3. Was ist Avastava-Vastu? Die unbeständigen Manifestationen der Prakriti Alle Formen und Zustände der materiellen Energie Die Beschäftigung mit Avastava-Vastu, dem Reagieren auf diese vorbeiziehenden Umstände und die mentale Auffühlung in ihnen, ist die größte Zeitverschwendung für das Lebewesen 4. Was ist Vastava-Vastu? Gott, das Lebewesen, und alle Energien Gottes, Antharanga-Shakti, Bahiranga-Shakti, auch die materielle Energie ist reell, ist Substanz Bhagavad Gita 7.14 5. Religion ist die Svabhav, wesensgemäße Natur von Vastava-Vastu Das Wesen des Ewigen ist es, Austausch zu haben Wenn das Lebewesen in der materiellen Welt sich wieder der natürlichen Ordnung, der Beziehung zur Wirklichkeit eingibt, erlangt es sich selbst Die ewige Funktion des Lebewesens ist es, ein Diener von Sri Krishna zu sein und mit ihm in liebevollem Austausch zu stehen 6. Warum ist dies nicht die Erfahrung der Seele in der Welt? Wenn Substanz mit einer anderen Substanz in Berührung kommt, oder nur schon in dessen Nähe sich befindet, gibt es Vikara, Beeinflussung, Transformation Dann nimmt die Vastu zeitweilig, im Falle von Jiva Svabhav Vikara, der Veränderung in der Natur des ewigen Lebewesens Können dies Millionen von Leben sein, eine angenommene erworbene Natur an Diese nennt man Nisarga Wasser kann in Berührung mit Feuer verdampfen Oder es kann zu Eis werden, wenn es Kälte ausgesetzt wird Die Svabhav, wesensgemäße Natur, geht dann in eine latente Position ein Was tut dann der Jiva in Nisarga? Karma, Jnana und Yoga Weltbejahung, Weltverneinung und der Versuch Kontrolle über die Welt zu erlangen Dann wird Nisarga aufgrund von Gewohnheit zur zweiten Natur und scheint wie natürlich zu sein 7. Religion ist das ewige Liebesangebot Gottes Das sogar innerhalb der Prakriti, der Wandelwelt, zugänglich ist Die Schöpfung wird immer aufgelöst, wenn Sanatan Dharma in dieser Schöpfung nicht mehr zugänglich ist Die Schöpfung hat zwei Grundzwecke Die Möglichkeit des Vergessens und die Möglichkeit der Wiedererinnerung Sanatan Dharma ist auch in der Scheinidentität von Nisarga verständlich Da der Kontakt mit ihr in der Seele Garda Samskaras Inherente intrinsische Erinnerungen in der Seele wachruft Welch eine ganz tiefe Bestätigung geben 8. Die Entwicklung dieser aufwachenden Sehnsucht wird in neun Abschnitte gegliedert Welche nicht linear durchlaufen werden Und die vorangegangenen Schritte sind auch niemals abgeschlossen Außer Anartha Nivriti Shraddha Vertrauen Sadhusanga Gemeinschaft mit Heiligen Bajana Kriya In Anleitung der Heiligen wird man in eine Theopraxis eingeführt Anartha Nivriti Das Überwinden der Wertelosigkeit Das heißt Anhaftungen und Fehlerfassungen Nishta Stetigkeit Ruji Einen tiefen Geschmack an der Theopraxis Ashakti Anhaftung an Gott Bhav Emotionales involviert sein Brema Reine Liebe zu Gott 9. Bhakti ist nicht die Vritti Tendenz des Jiva Wenn das Lebewesen glaubt Bhakti ausführen zu können, nennt man sein Bemühen Indriya Vyapara Bhakti Transzernentale Bhakti ist Krishna Anushilanam, die Kultivierung unserer Aktivität des Körpers, Worte und Gedanken und Gefühlen in Verbindung mit Sri Krishna unter der Anugatya Anleitung einer selbstverwirklichten Seele in Svarub Siddhi. Bhakti ist Avaroha Panta Was ist das Dharma? Die finale Bestimmung des Jiva Brema Und diese hat ein Objekt Solange der Jiva nicht mit dem Objekt seiner Brema zusammenkommt, kann sich sein Dharma nicht manifestieren. Es muss also mit Krishna und Krishnas innerer Energie Kontakt haben. Und dieser Kontakt innerhalb der materiellen Welt wird Sadhu Sangha genannt. 10. Wenn Bhakti den Jiva berührt, wird die ewige Form des Lebewesens offenbar. In Klammer Svarub Siddhi Und auch da ist Sadhu Sangha Mukya Angha. Dann beginnt die Seele in der Wirklichkeit zu handeln. Vastu Siddhi Vastu Siddhi